So, dann werden wir das hier vorne mal fertig machen, was es scheint. So, dann machen wir das hier. So, dann machen wir das hier. So, dann machen wir das hier. Ich denke mal hier wäre Schmeiß drauf machen. Ich wollte nur belegen, dass ich ein Stückchen Wiese da weg mache, dass ich die Kräser mache, aber naja. Gute sagen. Ich weiß nicht, was ich für Felder alle habe, keine Ahnung. Die 17 mache ich jetzt, die 1 habe ich schon, die 22 kann ich auch machen, die 4 und die 12, das ist klar. Sollen wir mal gucken. Sollen wir mal gucken. Sollen wir mal gucken. Sollen wir mal gucken. Grüß Gott, guten Morgen. Na, alles klar, Unimark. Sollen wir mal gucken. 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 Ich bin schon da rum. Ich bin schon da rum. Was soll ich machen? Ich bin schon da rum. Alles klar! Nein, nein, ich fühl uns hier. Keiner da. Keiner da. Jetzt kann ich nur in Italien sammeln, ich will jetzt gar nicht mehr... Äh... Meizen? Was ist denn eigentlich die... Achso... Okay... Meizengerster... Kann ich schon Mais anbauen? Ich will die Urchen Mais trillen, weil sie sind... Aber ich brauche Weizen... Genau, wir haben ja Weizen drauf... Das brauchen wir ja auch... Und nicht... Ja, wir trillen ja Weizen... Ich dachte, du machst die Showbind... Ich sag mal, dass er doch ein Fluch aus will... Didi-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di... Und nicht nur, du hast deine... Akarma hast du alles noch... Auch wenn ich ne Weile nicht mehr online gewesen bin... Du hast alles noch... Ich coat mich nicht übel. Es ist mir ver мечوع... Räst cooling bot und 1.0- Dann hier kann ich nachstehen... Des�� überhaupt nicht nur sich damit... Nichts ist zwar zu tun, Und nicht auch nur mir zu tun... Sie können also... Dann sagen ich noch lange ... Ich nehme zum Hoje... Ich höre회... Bitte, ich komme hier mit zehn integers Wool... Danke hier, bitte mit einer Temm license... Bei mir kommt nix weg, verstehst du? Bei mir kommt nix weg Bei mir ist alles im Arschiv Was macht denn der eigentlich zur gleichen Seite, da sind die Flügen? Jawoll, da wollen wir es Alles gut Und ein Arbeitsschritt gespart Oh, Handbremse, hast du in Handbremse gezogen? Wieso war ich gar nicht, was ich mir Ich hab gar nicht mehr so viel Kohle Mei, äh, eine Saatmaschine, was sind sie denn? Ja, was nehm ich von einer Saatmaschine, ich weiß nicht, drei Meter Wie hurscht? Ein Meter Hat die Düngerfunktion nicht? Nehm ich die denn Peter steht sechs Meter, war echt vollkommen so Aber ich hab ja nämlich auch kleiner Trecker, deswegen Bei den Großen will ich bloß zum Mais-Exam nehmen Aber ich hab nämlich so ein schönes Gebissen dazu gelegt Da brauch ich nämlich keine Wo ist denn das drinnen? Hier, nehm Na, wo ist denn das drinnen? Ist das überhaupt schon drinnen? Ist das schon drin? Na, wie wärs jetzt? Na, wo ist denn das? Na, wo ist denn das drinnen? Ist denn das? alles klar ist gut wo ich mein maisgebiss das ist ihr in der treasure drinnen unter was ist denn das drinnen wo soll denn das drinnen sein, wie hieß denn das keine ahnung wie das hieß häckseler, hier ist es doch unter häckseler arbeitsbreite stimmt gar nicht aber ist erstmal egal das ding habe ich mir jetzt mit hochgeladen mal gucken wie das ist zack ein trecker geballt und fertig wenn ich mir das in kann ich mir das nicht sparen, dem häckseler manchmal kann ich schweine doch ein häckseler hier das mal mieten wenn ich mir das ding da den camper vorballen und fahrt hier reden wir so nicht da ist schon ganz drinnen da ist schon ganz drinnen da kann ich mir nämlich den scheiß teuren häckselern nämlich sparen da kann ich mir das ding hinten dran bauen und fertig da habe ich einen großen trecker und da reicht vollkommen zu auf der karte da kann da hier mit dem großen flug, äh flugzeuger mit dem großen kubber ein bisschen was machen hinten dieses maisgebiss hinten dran und fertig alles andere nur noch kleine trecker reicht vollkommen zu ja passt auf der karte nicht das reicht zu wenn du einen 400 PS Schlapper hast, das reicht vollkommen zu alles andere wird dann hier 6 Meter Arbeitsbreite, das reicht vollkommen zu, das seht man, eine Saatmaschine muss doch kein großes Kino draus machen, aber wenn ich es schon sehe, müssen wir es schon ähm, wann hab ich angefangen?